So wird aus einem Partyrock ein Shuffle aus einem Love Song wird Daydream belieber aus einer Bossa Nova wird ein Fox und aus dem Partyrock wird aus einer Rumba wird James Last Hallo zusammen die letzten Tage habe ich mich noch einmal intensiv mit dem Style Creator und der Funktion Groove beschäftigt. Ich hatte ja vor kurzem erst ein Video darüber gemacht, aber die Ergebnisse haben mich doch überrascht. Ich zeige euch noch einmal, wie man mit wenigen Handgriffen einen vollkommen neuen Style erstellt. Beispiel einmal der Bossa Nova. Den finden wir in der Gruppe Latin. Ein klassischer Viervierteltakt mit Achteln. Ich gehe jetzt über Funktion in den Style Creator auf die Registerseite 3. Da finden wir den Groove. Und ich muss nur wissen, in welchem Beat mein Originalrhythmus gespielt ist. Hier ist es ein klassischer 8er Beat, also Achtelnoten, FML 16. Noten. Kein triolisches Muster. Das kann man aber einfach mal ausprobieren. Ich lasse also die Einstellung 8er Beat und nun konvertiere ich auf den Beat 12, also ein triolisches Muster. Und schon wird daraus ein Swing oder ein Foxtrot. Das war eigentlich schon alles. Damit jetzt dieser neue Groove auf alle Styles übertragen wird, also auf Intro, Ending, auf die Fill-Ins, alle Variationen, drücke ich einfach irgendeine Taste im Style Control. Es geht eine Auswahl auf und ich wähle die oberste Eintragung All, also alle. OK bestätigen. Jetzt leuchten meine Tasten im Style Control alle rot. Das heißt, der neue Groove ist auf alle Bestandteile übertragen. Ich muss jetzt das Ganze nur noch abspeichern auf den USB-Stick und fertig ist das ganze Spiel. Ja, die Ergebnisse waren überraschend. Ich demonstriere noch einige Rhythmen. Und wer sich die Arbeit sparen möchte, findet diese Styles mit passenden Registrierungen in meinem kleinen Webshop. Und wer sich die Arbeit sparen möchte, ist das ganze Spiel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020